und das verlegen nicht nur auf ja mich gar nicht nur noch nie oder der oder so sie werden das am Himmel vielleicht ich kann man sagen Planner aus dem Posten durch Flächen Eiern da können wir vielleicht nach einer Quest gucken nach Geister Schäfer tun wir müssen wir eigentlich Richtung Süden wenn wir nichts tun dann gehe ich noch mal fischen ja musst du so jetzt richtig sagen kannst du sagen yo fast hm oh oh rechts von uns ist ein Schiff und die mögen uns nicht wo also äh rechts vom Bindel nach vorne guckst ah ja ja da hinten ich glaub die suchen kein Ärger ich glaub auch nicht wir sehen ja aus als ob wir uns vorbeifahren wollen ja glücklicherweise glück gehabt also ein kleines Heichen ein kleines Heichen hm boah bis mit dem Flander aus dem Posten sind dort auch nirgig ein bisschen mehr Südosten hm ah da hinten ist jetzt eine Geister Quest erschienen direkt hinter uns guck mal ja dann auf auf ja ich glaub da wollen wir auch hin vielleicht sieht man sich siehst du's aha sehr schön und jetzt auf dem Weg drei Hei und ein Kraken oh hier war doch das letzte Mal die Quest hier sind wir doch ah ja bei der Insel oder nee doch ja doch doch ich erinnere mich an den Bogen links okay juhu eine Quest eine Quest bitte 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 wir hatten uns doch dann hier in der Nähe irgendwo getroffen ich glaube irgendwie auf dem Weg ich glaube ja weiter 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 wir werden gerade beschossen vom Außenkosten also von der Insel von der Insel ja das Grund war ja auch dass die dass der Außenpost also dieses ja ah die halten da ja was wolltest du gerade sagen die fahren jetzt auch gerade wieder los ach so ja von mir aus ach so die haben Angst dass wir sie angreifen vielleicht ah die Tränen ab ja gut 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 ähm also die 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 Kanonen also die Skelette schießen ja auch auf die gestern Schiffe was ich übrigens ganz cool finde ich auch ich wink den Graus zu ich mach mit ich freue mich auf die auf die Quest jetzt ah links von uns ah links von uns wären Fässer aber gut da sind die auch und ich freue mich jetzt auch endlich mal was tun wie geht's dem PC bisher ähm ja da hatte mal höchstens 60 Grad aber dann hat er gut das ist doch das ist doch für mich machbar hm was war denn das ach das war von draußen oder was ja hier ist ein Flugzeug glaube ich ach so ich habe ja die Tür öffnen kann mir ach so okay ähm ich habe mich gerade voll gewundert ich dachte das wäre irgendwie ein Sound im Spiel ähm nee nee ich glaube das war ein Tieflieger hier also der hat mal 60 Grad oder auch mal 70 aber der regelt sich ne höchstens 60 nicht mal 60 und der regelt sofort runter voll gut also das ist total machbar im Gegensatz zu deinen standardmäßig 90 ja also ganz ehrlich die ganze Zeit mit 90, 95 zu spielen bis er dann irgendwann verreckt sag ich mal ja und irgendwann ist deine CPU halt tot klasse weißt du dafür hast du Geld ausgegeben ja also wirklich man hätte echt besser beraten sollen hm hm ich meine die haben ja auch im Laden gesagt so ja sorry also damit kannst du höchstens mal was spielen aber aufnehmen und was spielen gleichzeitig ja ist halt ja das unding ne also der ist schon super und auch die GPU also die 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 Grafikkarte genau die brennt auch nicht durch oder so ich habe nirgendwo mehr als 60 Grad im Rechner oder so ein Seger da freut man sich ja und das Spiel läuft so unfassbar flüssig und auch die Aufnahme weißt du das ist so warum nicht gleich so und ich wette mit dir würde ich heute nochmal Kingdom Come Deliverance aufnehmen mit richtig schön Grafik dann hätte ich auch nicht die Probleme weil ich hatte immer nur Probleme mit der CPU ah ok oh man das ist so ärgerlich ich grill uns grad mal ein Fischi ok aber vergiss ihn nicht ne für mich ich weiß halt nicht wie lange der braucht ich auch nicht zumal ganz ehrlich ich habe ja noch nicht nur irgendwie einen krassen Lüfter eingebaut oder so ja also so 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 ein Kragen Z was war das glaube ich 73 oder so der irgendwie drei Radiatoren hat der super krass kühlt sondern der hat zwei Radiatoren ist okay ist jetzt nicht der beste hat trotzdem genug gekostet Klammer auf Klammer zu aber es ist halt angenehm ich glaube der ist gut oder? sorry hm weiß ich nicht hast du ihn mal probiert? nö ich bin noch nicht hungrig ich probier den im Kampf ich könnte meinen auch mal grillen die geben doch unglaublich viel Nahrung oder nicht? ich glaube gleich redet da immer zu uns miau nicht der Kopf ach so flame heart oder der heißt doch sogar ich weiß es nicht heißt es ist der flame heart hier auch wieder ich weiß es will gucken ne ne die anderen schlafen ich hab schon gedacht jemand redet nee Brawny schläft auf meinem Stuhl und schläft auf deinem mea mhm 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 die sind völlig desinteressiert heute mhm mhm war zu aufregend dann muss man schlafen viel schlafen mhm 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 Ich hab den jetzt komplett. Da kommen sie. Oh, ich freu mich. Auf Freude. Hast du dich ausgerüstet? Ja. Ich hole auch gerade mal Bretter. Ich hab alles, was ich tragen kann und alle Kanonen hatte ich auch schon geladen. Also beide. Ja gut, so viele haben wir ja jetzt nicht. Und die Kanonen. Ah, wir sind da gerade an irgendjemandem was vorbeigedüst. Egal. Wie und was? An den Kissen. Ach, Möwen. Flemmer, ja. Flemmer. Ha! Da ist jemand aufgewacht. Oh nein. Oh, Mose. 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 Es sind viel weniger Schiffe da, habe ich das Gefühl. Habe ich auch das Gefühl. Und save the time you have lived. Und warum ist das jetzt auf einmal englisch? Was? Ist dir das gerade aufgefallen? Eben war der Text auf englisch. Ah, nein. Ist mir nicht aufgefallen. Ah, ich finde die Ansprache gut. Ja. Es ist so verdammt gut gemacht, dieses Event. Ja. Die anderen Events sind so sprachlos. Also das ist jetzt richtig gut gemacht mit dem Flameheart. Ah, ich muss noch zugeben, hier auch so eine kleine Parallel zu Pirates of the Caribbean. Es ist auch so... Ah, jetzt. Die Burning Blade. Ähm. Pirates of the Caribbean war ja der erste Teil. Der war ja auch eher ohne so richtig charismatischen Führer. Also gut, Barbossa war ja schon krasser Dude, aber... Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen... Aua. Du hast gerade Probleme. Au. Wir konnten ihn nicht versenken. Und wer kümmert sich um unten? Ich nicht. Okay, Moment. Ich muss gerade lenken. Ich gehe runter. Oh, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin sorry. Wir haben ein paar Löcher. Nur ein paar. Das sollte gehen. Ich gehe mal hoch. Okay, ich habe nichts getroffen, oder? Auch der letzte hat mich... Äh, 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 äh. Was? Vor uns ist ein Schiff. Und es ist weg. Oh, Mann. Oh, Mann. Ui, ui, ui. Es kommen weitere Schiffe auf uns zu. Rechts. Ich hoffe, du hast genügend Kanonenkugel. Ich habe gerade nachgeladen. Also, meine. Immer drauf. Noch einer. Nein. Doch. Aua. Oh, das war es. Äh, äh... Guckst du unten? Ja. Hier. Sag Bescheid. Es geht. Ein kleines Lick anscheinend nur. Ich lenke auch wieder. Ich habe leider davon weggelenkt, merke ich gerade. Lenkst du uns wieder mehr rein? Ja, ja, ja. Ich erwarte mehr, in diesem Fall. Ja, also mit mehr Widerstand gerechnet. Mhm. Oh, ähm, äh, 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 rechts, ähm, ganz viele Schiffe. Ja. Äh, rechts kommt ein Schiff auf uns, so wie du siehst. Hat aber nicht geladen. Aua. Das andere, das andere. Aber dann egal, eines von beiden. Ja, vielleicht brauchst du noch das andere. Oh fuck, das war, dafür kannst du nichts. Ich habe es nicht gesehen, aber das Schiff vorwarte. Nein. Nein, jetzt aber. Yo. Äh, und, wer macht es unten? Äh, ich. Ich mache ja. Geht's? Ja, geht's. Es geht, ist gar kein Problem. Ich würde gerne zu dem anderen, äh, zu dem, zu der Kiste da hinten. Gleich, erst mal kommt links was. Oh shit. Sobald du da bist, dann, äh, mach. Ich denke. Du hast ihn aber. Okay, ich gehe runter. Nein, nein, aus. Aus, weg und runter. Das war ganz harschhaft. Oh oh. Geht das? Ja, ich glaube ja. Oh oh. Oh oh. Aua. Okay, vielleicht sollte es zu Schiffen kommen. Oh oh, oh oh. Wart mal, ich will mein Schiff loswerden. Aua. Noch ein Schuss. Okay. Alles gut. Läuft's. Ähm, ja. Ist jetzt nicht ganz schlimm. Okay, weil ich habe noch ein Schiff hier. Okay. Es ist weg. Oh Gott. Oh ja, jetzt verschwinden die, jetzt kommen die Armadas. Dann kannst du ja ganz kurz mal Schippen helfen hier. Okay. Das geht ja. Ja genau, ist nicht mehr viel, aber hier oben sind halt noch. Nicht da, nicht da, das ist ja. Und ich muss, äh, nachladen mein Alles. Ja. Ich wollte hier die Kiste holen. Ich habe sie. Und schnell den Acker hoch, schnell den Acker hoch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin am Schiffen, ich bin am Schiffen. Ich komme. Oh 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 oh. Hast du oben hier? Ja okay. Ähm, ich würde sagen rechte Seite. Äh, ich laufe, ich eile. Ja. Warte. Nein, da ist ja keine Kanonenkugel drinnen. Ja, ich habe leider geschossen, bin sofort runter. Alles okay. Oh 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 oh. Das kann doch nicht sein, schließe ich jetzt alles daneben. Ja. Uah, ha ha. Aue. Aue. Oh oh. Nein, ich hab nix mehr, ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Lauf, 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 lauf. Nachladen, nachladen. Okay. Na komm, ich krieg den aus dem Winkel nicht mehr. Fuck. Geht's unten? Ja. Okay. Du hast noch einen zerstört, sehr gut. Ja, aber auch nur einen kleinen, nicht den Kapitän. Ist okay. Vorsicht, dass wir nicht gegen die Dings schibbern. Ich muss unten sauber machen. Oh fuck. Ja. Oh, ich brauch die auf der linken Seite, wenn du kannst. Kannst du? Ich bin da. Links. Ich hol die mir. Okay. Du fährst sehr gut. Ich schieß so schlecht. Ich versuche. Ich kann nicht enger drehen. Tut mir leid. Ah, du hast ihn. Nee. Alles gut. Ein bisschen Segel raus. Ich mach. Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Jetzt, 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 jetzt ist perfekt. Ich müsste ihn nur treffen. Dann. Ja. Au. Au. Mist. Ja, okay. Ähm. Lenk du ruhig. Wie kann ich die? Ich muss grad das Steuerrad reparieren. Ja, die haben uns auch gut getroffen. Ja. Der ist repariert. Ich guck, ob Wasser reinläuft. Nee, Wasser läuft nicht rein. Ich weiß nicht genau, in welche... Ah. Ich dreh wieder. Ja. Bernie. Raus. War das wieder die Küche? Ja. Halbe Katze. War die Küche. Hm. Du hörst auch das Wort, die Madame. Ist gut erzogen. Ja. Du weißt ganz genau, wann es Ärger gibt. Gerne. Wann es kein Fresse gibt. Oh Gott. Okay. Okay, 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 okay. Also, wir haben noch ein paar Kugeln jetzt. Wir werden den wahrscheinlich nicht kriegen. Glaub ich auch nicht. Aber wir müssen eh irgendwie um die Insel rum. Ja. Soll ich den wieder her oder enger um die Insel? Hm. Enger. Ich glaub, das macht am meisten Sinn. Komm, den kriegen wir. Oder meinst du, der spawnt gleich? Mach einfach lieber enger. Alles gut. Ja, von da oben wird geschossen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020